Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch eine Seite vorstellen, ein sehr, sehr, sehr interessantes Projekt namens Simphi. Simphi ist eine Seite oder ein Anbieter, der sich zu 100% mit Musik beschäftigt. Und ich möchte euch Simphi jetzt ganz kurz vorstellen, oder was heißt ganz kurz, einfach ein paar Dinge. Und ich möchte euch sagen, wieso ich ziemlich begeistert davon bin und mir wahrscheinlich auch das Premium holen werde. Ja, Simphi ist ähnlich wie iTunes, allerdings, ja gut, das darf man eigentlich gar nicht sagen, weil Simphi unterscheidet sich in sehr, sehr vielen Dingen von iTunes, vor allem schon mal in der Promotion. Wir sehen hier auf der Startseite von Simphi Musiker, die wir eigentlich so wahrscheinlich in iTunes niemals finden würden, wenn wir sie nicht suchen. In iTunes werden sehr viele Stars promotet, ganz einfach, war natürlich klar. Da kommt Musik von neues Lied von Neo raus oder von Usher und dann kommen wir uns natürlich auch sofort auf die Titelseite von iTunes, damit die ganzen Fans das auch schön über iTunes kaufen. Auf Simphi ist das nicht so. Wir sehen hier auf der Startseite Musiker oder Künstler, die wir so wahrscheinlich nicht kennen. Also ich sage ganz ehrlich, auf dieser Startseite, jetzt was hier oben steht und von denen hier unten, kenne ich keinen einzigen. Seit ich jetzt Simphi habe und nutze, seit ca. 2-3 Stunden, habe ich schon 4 neue Lieblingslieder gefunden, die ich vorher noch nie gehört habe und bin eigentlich auch sonst sehr begeistert von dem Projekt und möchte euch jetzt ganz kurz vorstellen. Simphi, da könnt ihr euch kostenlos anmelden. In Simphi könnt ihr euch kostenlos anmelden und habt dann einfach die Möglichkeit, auf 8 Millionen Songs zuzugreifen. Ihr habt eine Desktop-App, die ich auch noch gleich vorstellen würde. Ihr könnt Playlists und Favoriten erstellen. Ihr könnt exklusive Veröffentlichungen sofort per E-Mail oder auch sonst zugestellt bekommen. Und ihr habt die Musik-Tipps der Simphi-Redaktion. Wenn ihr allerdings Premium euch holt, dann habt ihr zusätzlich zu diesen Dingen auch noch das Spezial-Musik-Paket, die mobilen Apps für iPhone, iPod, Android und bald auch fürs iPad. Werbefrei und Musik genutzt. Das heißt, ihr habt keine Werbung auf den Seiten, ihr habt keine Werbung in den Liedern selber. Könnte sein, dass es normal ein Spruch oder sowas oder eine Werbung eben zwischen den Liedern gesendet wird. Und ihr habt weltweite Nutzung, was eben auch auf Simphi Basic nicht möglich ist. Simphi Premium, das ist das Schöne an Simphi eigentlich. Also ihr meldet euch kostenlos an und habt dann sofort, ohne dass ihr irgendwas machen müsst, eine Woche, also sieben Tage lang Simphi Premium. Das heißt, ihr könnt sofort anfangen, euch mit Simphi richtig zu beschäftigen und alles, was eben Simphi selbst kann, zu testen. Finde ich sehr schön, denn so holt man sich eigentlich am besten Infos über dieses Projekt und dann fällt einem der Kauf später auch eventuell um einiges leichter. Und wenn ihr euch Simphi dann später für ein Jahr lang Premium holt, zahlt ihr im Monat 8,33 Euro. Je weiter runter ihr das staffelt, desto teurer wird es. Wir gehen einfach mal auf Hol dir Simphi Premium. Ihr seht jetzt also, wenn wir es nur einen einzigen Monat haben wollen, kostet uns das Ganze 9,99 Euro. Bei 3 Monaten sind es dann schon nur noch 9,33 Euro im Monat. Dann bei 6 Monaten, da steht es schon gar nicht mehr dran, steht nur noch 10% sparen, also können wir jetzt selbst ausrechnen. Und bei 12 Monaten kostet es dann eben diese 8,33 Euro im Monat. Zusammen dann also um die 900, äh Quatsch, 99 Euro und 99 Cent für 365 Tage. Ich finde das Ganze sehr fair, der Preis ist fair und bei diesem Angebot an Musik über 8 Millionen Songs, finde ich, kann man sich auf jeden Fall überlegen. So Simphi selbst ist in der Projektseite, also in der Profilseite meine ich, also wenn ihr euch angemeldet habt, ähnlich aufgebaut, so ein bisschen wie Facebook. Genauso aber habt ihr auch Kontakt zu Facebook und Twitter, das heißt ihr könnt eure Lieder, wenn euch die gefallen, auf Facebook posten oder auf Twitter twittern. Und habt hier auf eurer Neuigkeiten-Seite eben alles, was eure Freunde, also wenn ihr auf Simphi seid, könnt ihr Freunde hinzufügen, momentan getan haben. Wir sehen hier zum Beispiel der Jonas, der hat eine Playlist erstellt, noch eine Playlist erstellt und hat hier eine Playlist und dann eine Playlist, bla bla bla. Und ich kann jetzt über die Neuigkeiten-Seite mir das ganze Lied anhören und ich kann es mir auch direkt zu einer aktuellen Playlist von mir selbst hinzufügen. Dann sieht man natürlich auch hier, ja, der T-J-A-R-K-007 und ich sind es Freunde, wird hier auch angezeigt. Und wenn ich das richtig weiß, ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher, ich glaube, wir können hier oben nämlich schreiben, was machst du gerade. Ich entdecke Simphi, habe ich geschrieben. Das wird eventuell auch angezeigt, ich probiere es einfach mal. Nehme gerade ein Video zu Simphi auf. Ob das dann jetzt auch da unten angezeigt wird? Anscheinend nicht, aber gut, soll auch egal sein. So, ja, hier haben wir dann die ersten Schritte bei Simphi, die können wir ausblenden oder eben abarbeiten, damit die hier verschwinden. Wir haben ein Profilbild, das wir anlegen können und unsere Favoriten können wir anzeigen. Das heißt, wir können auf jeden User gehen und schauen, was hört der so für Musik. Also, ich habe jetzt hier in den Charts, das sind unsere eigenen Charts, also jeder hat seinen eigenen Charts sozusagen. Da ist jetzt momentan alles nach Alphabet geordnet, weil ich eben jedes Lied nur ein einziges Mal gehört habe. Und wenn ich dann eben andere Lieder mehrmals höre oder jetzt eventuell dieses All of the Lights, wenn ich das jetzt zweimal höre, dann steht es immer noch oben. Weil es ist ein blödes Beispiel. Wenn ich jetzt von Lena Taken by a Stranger jetzt ein zweites Mal höre, dann verschiebe es sich jetzt ganz natürlich nach ganz oben in meinen Charts. So, dann hier natürlich stöbern. Hier haben wir jetzt unsere ganzen Titel. Wie gesagt, über acht Millionen Musiktitel haben wir jetzt zur Verfügung. Wir haben oben unsere Tags, ja, also Genres und Tags, Beat Music, Blues, Pop, R&B, Reggae, Rock und eben das, was am meisten gesucht wird, ist auch wieder groß. Wir haben jetzt hier also Pop, ist groß. Warum man es jetzt nicht anklicken kann, weiß ich nicht. Macht nämlich keinen Sinn. Weiß nicht, vielleicht hat es einen anderen Nutzen. Wir haben hier direkt ein paar Künstler. Hier ist es jetzt wieder so, dass eben dann doch die, wo man schon kennt, ein bisschen mehr promotet werden. Wir haben jetzt Rihanna, Daft Punk, Lady Gaga, Juli, Lena, Tayo Cruz, Eminem, Hertz, Roxette, Culture Candela und Unheilig. Und natürlich ganz viele, 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 viele andere. Wir sind jetzt auf Seite 1 von 84. Schauen wir ganz kurz noch auf die Downloads. Denn wie gesagt, das Ganze gibt es auch für euren PC als Desktop-Programm. Ist für jede Plattform erhältlich, denn das Ganze funktioniert oder ist aufgebaut auf Adobe Air. Adobe Air bietet die Möglichkeit, eben auf sämtlichen Rechnern Dinge eben zu programmieren, zu installieren. Also ihr müsst euch vor der Installation Adobe Air holen. Das wird automatisch mitinstalliert und danach könnt ihr dann SIM-frei installieren. Wer zum Beispiel das TweetDeck hat oder den TweetDeck, der Twitter-Facebook-Client für Mac, PC und was weiß ich, hast du nicht gesehen, für Plattformen. Der basiert auch auf Adobe Air und dann habt ihr es schon, dann ist die Installation kinderleicht. Und somit gibt es das eben für Mac, Windows, Linux und auch für die Apps, wie ich schon gesagt habe. iPhone, iPad Touch, Android und bald kommt auch das iPad. Da freue ich mich schon, wie blöd drauf. Ich hoffe, das kommt demnächst. Ist aber nur für Premium-Mitglieder. Das heißt, ihr könnt die Apps euch holen, kostenlos. Und kostenlos im App Store, kostenlos im Market und das iPad dann auch kostenlos im App Store. So, ihr müsst euch aber am Anfang anmelden und wenn ihr kein Premium seid, dann bekommt ihr eine Fehlermeldung, dass ihr euch nicht anmelden könnt. Das heißt, hier steht es auch nochmal exklusiv für Premium-Mitglieder. So, schauen wir uns mal ganz schnell noch die Desktop-App an. So, wir haben hier unsere Playlists. Wir können natürlich neue Playlists hier erstellen. Wir können die jetzt abspielen, Namen ändern oder löschen. Diese SimFi-Playlist, die wird automatisch erstellt, wenn ihr euch anmeldet. Also, das ist die erste Playlist, die ihr habt. Das sind dann hier in meinem Fall jetzt 37 Lieder drin. Und allein in diesen 37 Liedern habe ich jetzt eben schon, wie ihr sehen könnt, hier 1, 2, 3. War es 3? Irgendwo war doch ein 4. Ich weiß gar nicht wo. Drei Lieder hier jetzt schon geleitet, die ich noch nicht kannte und die mir sehr gut gefallen haben. Ich kann jetzt leider keins abspielen wegen Copyright und was weiß ich. Hast du nicht gesehen. Ein bisschen doof. Wir können uns neue Playlists erstellen. Dort dann Lieder hinzufügen. Das Genre, Radio, Artist Radio. Das heißt, wir können jetzt hier eingeben zum Beispiel Tio Cruz und bekommen dann eine Art Radio-Stream über alles, was eben von Tio Cruz kommt oder Feed Tio Cruz, wo der eben dabei ist. Unsere Favoriten können wir hier anzeigen lassen. Untergliedert in Charts, Lieblingskünstler, Lieblingsalben und einzelne Titel. Premium steht dann eben nochmal was zu Premium zu dem Ganzen. Sehen wir nochmal, was wir haben als Premium und was als Basic. Und Home haben wir unsere gesamte Musik. Natürlich können wir das Ganze auch durchsuchen. Und jetzt gebe ich die einfach mal ein. Das würde mich jetzt interessieren, ob es hier auch von Dingenswomens, ich weiß gar nicht, Amelie gibt. Von Lil Wayne, Amelie gibt es sogar auch. Sehr geniales Lied. Hat extrem geilen Bass. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Bass mögt. Aber gibt es auch sogar hier. Wir haben hier wirklich 8 Millionen Titel. Also ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ansonsten gibt es nicht mehr groß was zu dem Programm hier jetzt zu sagen. Bis auf dass es wirklich extrem simpel funktioniert. Und natürlich, doch, da gibt es noch einiges zu sagen. Und zwar, das Wichtigste ist, wie ist denn das jetzt mit dem Musik hören? Okay, jetzt habe ich mich angemeldet bei SimFi. Bin jetzt Premium. Jetzt habe ich die Android-App auf meinem Android-Handy. Bin jetzt unterwegs und jetzt will ich Musik hören. Hm. Der streamt das ja jetzt. Ist das dann so, dass ich jetzt am Ende des Monats eine verdammt hohe Handyrechnung habe oder mein Traffic sofort ausgebraucht ist, weil er ja permanent Musik runterlädt und abspielt? Nein, so ist es nicht unbedingt. So kann es sein, wenn ihr die Einstellungen nicht richtig vornehmt. Also muss es nicht sein. Denn ihr habt die Möglichkeit, eure Musik, also als Premium-Nutzer, wir reden jetzt gerade von Premium, nicht Premium-Mitglieder haben diese Möglichkeit leider nicht. Also als Premium könnt ihr dann eure Musik, eure Playlist auch als Offline-Playlist einstufen. Das heißt, euer Handy oder eben euer Programm lädt das Ganze dann auf euer Handy runter. Somit, dass ihr dann auch Offline, wenn euer Internet aus ist oder es ist an und ihr könnt es ausstellen. Ihr könnt in den Einstellungen vornehmen, ob ihr eure Datenverbindung anhaben wollt oder abbrechen. Also dass ihr nicht permanent über das Internet streamt, sonst merkt ihr es vielleicht gar nicht und ihr haut trotzdem einen Haufen Traffic rein. Aber die Lieder sind dann auf eurem Handy gespeichert und können dann so auch Offline gehört werden. Allerdings ist das Ganze natürlich jetzt nicht unbedingt ein MP3-Format oder sowas, denn es bietet nicht die Möglichkeit, euch die Musik, die ihr euch anhört, auf einen USB-Stick zu ziehen. Ihr könnt sie auch nicht auf CD brennen. Ihr könnt sie dann lediglich eben auf dem Endgerät hören oder übers Internet. Also die beiden Möglichkeiten haben wir. Wir haben aber nicht die Möglichkeit, die Musik dann rauszuziehen in Ordner. Wir können sie jetzt auch niemandem verschicken und wir können sie jetzt auch nicht auf einen USB-Stick machen. Und was weiß ich, CDs brennen und illegale Sachen sind damit eigentlich gar nicht so einfach möglich. Ich bin mir sicher, es gibt Leute, die knacken das irgendwie, keine Ahnung. Aber ich denke mal, so einfach ist es nicht, weil die Leder garantiert nicht im MP3-Format sich befinden und wenn doch, dann so verschlüsselt, dass man da wahrscheinlich nicht so einfach rankommt. Ich weiß nicht, wie es ist. Nehme ich jetzt einfach mal an. So, kleiner Tipp für Android-User. Wenn ihr hier draufklickt, habt ihr so einen Code. Hier ist nochmal alles beschrieben. Ihr braucht einen Reader, eine Reader-Software, QR-Reader heißt das Ganze. Und da gebt ihr einfach mal bei euch in der Suche einen App-Store-Barcode-Scanner. Wenn ihr euch die App dann holt, dann könnt ihr das einfach hier vorheben. Der fotografiert das ab und erkennt dann, was es bedeutet, als URL öffnen und es öffnet sich automatisch euer Mac, äh Quatsch, Mac, App-Store, also eure Market-Store von Android. So, wenn ihr euch Simphi Premium, hm, zweimal geklickt, wenn ihr Simphi Premium holt, dann je nachdem, wie lange ihr euch holt, wenn ihr jetzt sagen, jetzt mal ein Jahr, ähm, dann zahlt ihr eben diese 99,99 Euro im Jahr. Das Ganze verlängert sich automatisch. Ihr könnt allerdings jederzeit kündigen. Das heißt, wenn ihr jetzt, äh, nach diesen 12 Monaten aufhören wollt, dann sagt ihr einfach Bescheid. So, ja, ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Steht bestimmt noch irgendwo hier jetzt gerade nicht. Vielleicht so zwei Monate vorher oder sowas, oder vielleicht sogar noch ein paar Wochen vorher, dass ihr das Ganze kündigen möchtet. Und dann läuft das auch nicht mehr weiter. Ihr seht, hier steht jetzt nochmal, jeder Premium-Zugang wird automatisch verlängert und ist jederzeit kündigbar. Ja, also, das ist Simphi, äh, wenn ihr noch ein paar Fragen dazu habt, ich gebe zu, es ist vielleicht für Leute, die sich nicht so damit auskennen, ein bisschen komplizierter durchzublicken, äh, dann dürft ihr diese sehr gerne stellen. Ich versuche euch die alle zu beantworten, auch wenn ich selbst nicht so viel Ahnung habe, aber ich schaue dann, dass ich mich durchkämpfe und euch Antworten geben kann. Ähm, ansonsten, äh, ihr dürft gerne Antwortvideos posten. Also, wenn ihr eine Meinung zu Simphi habt oder eventuell auch ein Video gemacht habt zu Simphi, dann dürft ihr dieses Video gerne als Videoantwort posten, ich nehme das dann an, gebt meinen Kommentar dazu ab, äh, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bedanke mich also bei euch fürs Zusehen, wir sehen, hören, schreiben uns, bis zum nächsten Mal und ciao!